Moin Moin, willkommen zurück zu Planet Alpha hier auf der Switch. So, bis hierhin sind wir gekommen. Seht euch weiter. Ich bin fast als ein Rätsel kommt. Aber zumindest haben wir diese riesigen, ob man im Hintergrund sehen kann, Brachiosaurus, die haben wir überlebt. Aufpassen. Nie der Metze. Roboter? 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 Gehe ich hier durch und der haut ihn mit dem Schwanz nämlich weg. Bekehrt wäre. Roboter? Roboter? Wenn ihr durchkommt? Nehme ich an die wobei schleichen? Das kann ich nicht. Ach, kann ich. So. Ja, das hier ist. Ich weiß es nicht. Reifen die nicht an? Ich weiß nicht, was es ist. Seid ihr nutzt? Nein. Wer hier reinkommt? Reifen kann vorbei. Oh, ich kann mich nicht dran. Jetzt konnte ich mich da nicht dran vorbeischleichen. Oh, ich kann mich nicht dran. Jetzt konnte ich mich da nicht dran vorbeischleichen. Ach Mist. Ich muss die weiter rein locken, sonst komme ich da nicht dran vorbei. Ich weiß nicht. 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 so dann habe ich auch noch okay jetzt weiß ich einer darf nicht immer weg gehauen man aussieht bei der tutsche wenn das er scheint auch verletzt sein beziehungsweise tot zu sein sehr gut ganz in ruhe angucken was hier passiert eigentlich ach das mit dem weltraum an oder was zeigt es an ok landen irgendwo in einer parallel will auf jeden Fall höher springen hier da muss ich auf den Würfel rauf erscheinen wo gehen wir mal mit dem Spaces aus Würfel ja crazy irgendwie jeder war doch keine achte da wäre eine nein das war zu knapp mal aber ich ist das eigentlich okay das war auch nicht so gut kann ich so leicht hier rüber ach scheiße ist dann und er darf nicht runterfallen auf die dinge erscheinen nicht wir haben nicht drauf und gehen war noch mal Nichts anderes gesehen, da wo ich hinkomme. Ein paar Steine kann man wegschauen, ein paar andere nicht. Oh, warte, falsch ins Ei, das macht nichts. Nein, okay, bin ich hier. Okay, aber wo komme ich denn dahin? War doch jetzt gerade nichts, oder wenn ich bin. Vielleicht schießt er mich dann hoch gleich. Okay, dann probieren wir es nochmal. Mein Gott. Okay, dann muss ich auch wieder mit dem Druck bringen. War zu lasch. Wow. Je. Je. Geht. Ben ist auch einer der... Glück, er ist verstand da gerade. Eie, aie, aie. Interessanter hier. Das schockt schon zu springen hier in diesem Ehrelosigkeits- Das ist witzig. Ming haben so ein bisschen. Was er genau hier machen soll, weiß ich auch. Genau. Da geht's wahrscheinlich. Okay, wenn wir uns noch kurz mal angucken. Gehen wir mal auf, aber... Mal sehen, wie es am besten geht. Oh. Fuck, da hätte man vorher... Ah, Mist. Okay, muss schnell sein. Nein! Ah, meine Durchre... Ah, okay. Okay, 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 okay. Mal wieder ganz unten an? Na gut. Ganz einfach. So. Hier sieht's auch aus, ob ich irgendwie rauskomme. Aber wir haben ein leuchtendes Ding. Okay. Was immer die Dinge zu bedeuten haben, sie haben mich jetzt hier hingebracht. Und ich kann nicht mehr so weit springen, das muss ich mich auch grad dran gewöhnen. Ich muss diese kleinen Sprünge... Abgespaced. Da muss man sich wirklich erstmal wieder dran gewöhnen. So weit springen kann. Okay. 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 da muss man nicht so rüber überwiesen. Hier ist ja so. Ja, jetzt kommt's rüber. Na gut. Aber jetzt muss er so sein, dass wird der Stein. Vielleicht. 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 Ich gehe mal ganz ran. Oder nicht. Weil er zurückgeht. Irgendwie denn... Irgendwie denn... Er ist da ziemlich dicht dran. Würde ich sagen. Ah! Da kann man hier echt nicht ran. Schade. Ich gehe weiter rüber, mal gucken, ob wir hier wirklich nicht ganz ran sind. Nicht wie es geht, ne? Da komme ich ja nicht hoch. Hm. Ich gehe auch nichts anderes. Oh. Oh. Nee. Nee, nee. Dann wächst vielleicht irgendwas raus, oder so. Was passiert? Nee. 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 würde ich da rüber kommen aber so kann ich ja nicht ja ja das ist ja das ist ja das ist ja das ding alleine zurückgehen würde richten geht ja nicht allein ein minimales stückchen müsste ankommen ein stückchen oder ich sehe gerade ich habe irgendwas vor den augen ich sehe gerade nichts ach so ok wenn das scheißteil mitnehmen jetzt kann ich bewegen von jasa ok sozusagen so eine antenne ok das war rausfinden repeater ok wo sind wir ich bin tot ok wenn man drauf geht muss man natürlich laufen auch gerade aufgefallen warten weil ich denke ich schon in gang gesetzt habe ich stehe bleibe ich stehe bleibe das ist auch nur die bleibt besteht nur daraus menschen zu töten beziehungsweise eindringen okay ist doch mit einer oben drauf klettern wahrscheinlich Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Falle los? Nächste Falle los? Nur kurz? Okay und noch ein Fällchen. Um... I haven't run. Wo bin ich? Ich kann mich nicht sehen. Ich komme nicht weg. Ich kann mich wieder nach unten bringen. Ja, das ist halt blöd. Hier irgendwie... Kann ich das Gebiet nochmal neu machen? Nein, das mache ich jetzt. Okay, wir hängen hier fest. Aber vielleicht ist es noch ein guter Zeitpunkt, hier aufzuhören. Und wir schauen uns beim nächsten Mal. Damit nicht... Springe ich das hier. Dann brauchst du das nicht mit angucken. Ähm... Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020